Okay, wir spielen den letzten. Agatha Faulkless aus Belgien, Lord of Patrification aus England und als dritte Band Lunatic Invasion. Agatha Faulkless, Lord of Patrification und Lunatic Invasion live am 12. Juli im Eiskaller in Leipzig, am 13. Juli im Kulturhaus Weißenfels und am 14. Juli in Wittenberg. Agatha Faulkless, Lord of Patrification und Lunatic Invasion, also gemeinsam auf Tour durch Ostdeutschland. Ich sag nochmal die Termine, 12. Juli im Eiskaller in Leipzig ab 20 Uhr, am 13. Juli in Großkorbeta bei Weißenfels ab 19 Uhr und am 14. Juli im Kulturhaus Wittenberg dann wieder ab 20 Uhr. Wer sich das entgehen lässt, der hat selbst Schuld. Witöfe Witöfe Wittöfe Wittöfe Wittööfe Wittöme Wittöme